was soll ich sagen ja ich sitze auf dem klo selbst gemacht und wie es halt so ist wenn man mal muss für große jungs dann hat man kein gutes gefühl aber danach kommt das gute gefühl stehst du aber wenn du nicht auf das schlechte gefühl achtest und das stille örtchen besuchst dann jetzt ein riesengroßes schlechtes gefühl eine schlechte sache in einer hose deshalb hört man auch auf das schlechte gefühl um ein später jetzt gerade jetzt ein super gefühl zu bekommen wenn es rauskommt verstehst du ist schon durch macht ja keine sorgen so privat mache ich das nicht aber ich möchte sagen nach einem schlechten gefühl